Hallo, es ist der School of Dance. Wir zeigen euch heute Hand-to-Hand in der Wumba. Viele sagen, es ist umgekehrt der New Yorker, aber wenn ihr den Schritt anschaut, wird sie sehen, es ist eigentlich kein umgekehrter New Yorker, aber da geht es um ein bisschen mehr. Schauen wir uns das einmal an. Wir haben 1, 2, 3, 4, 1, und 2, 3, 4, 1, und 2, 3. Das haben wir. Hören wir drauf. Ja, das heißt, die ganzen schlagen Füchse unter euch haben schon gesehen. Wir tanzen sozusagen von Seite zu Seite, nicht mit einem Sideschritt, sondern wir machen jetzt 12, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 16, 17, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21. Das heißt, die ganzen Schlagen betit ist, dass die ganzen Schaden Schamen schaden. Untertitelung des ZDF, 2020